Jua, wusste ich doch, endlich, geil, nun kannst du Donnerblumen pflücken, stell dich vor und nimm sie mit, jawohl, jetzt schnuppern wir nicht mehr dran, jetzt nehmen wir sie auf, also, äh, entweder hab ich nen Schnitt gemacht, oder ich werde nen Schnitt machen. Ähm, und es geht weiter, ähm, wir haben gerade mit diesem komischen Koron-Chef-Typi da gelabert, und jetzt können wir diese Teile hier aufnehmen, normalerweise, ich denke mal, wir sind nur, ja, sowieso, wie, sind wir gerade so klein, für die, aber, naja. So, ach, äh, was gibt's hier so schönes? Noch so ein Typ, aha, jetzt können wir, normalerweise, na, haha, geht doch. Jetzt kommen wir viel leichter zum, 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 zum Wald, Kokiri Wald, oder verlorene Wälder. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich denke mal, wir, äh, gehen zum nächsten Dungeon, den wir dank diesen komischen Armbandsdingsens, das uns der Chef gegeben hat, äh, öffnen können. Wie, zeige ich euch gleich. Und, jo, ach. Da ist noch so einer, der hat auch langweilig, wa? Hm, Gebirgsfahrt. Oh man, ich bin müde. Ha. So, penne weiter, penne weiter. Ich will mir das zu lange. Nun. No. Und? Ja. Geht doch. Genau so öffnen wie der Teil. Muha, ha, ha. Geil. Boah, wie komme ich an den Herzcontainer? Ich will den Herzcontainer, Herzcontainer. Vielleicht kann ich ihn so irgendwie runter steuern. Na, wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sagen. Aber, naja. Wenigstens haben wir jetzt den nächsten Dungeon, äh, öffnet. Ja, das wird also ein ganz schönes Abenteuer. Was ist hier eigentlich so schönes... Ja, da kommen wir nicht durch. Noch nicht, jedenfalls. Ich mag den Dungeon jetzt schon nicht. Ich kann mich noch etwas daran erinnern. Und... Ich mag ihn einfach nicht. Ach, hier müssen wir, glaube ich, irgendwas pflanzen. Oh, diese komischen Viecher können wir bei so einem gefräßigen, dicken, Jungen kaufen. Äh, ah. Nein. Das ging nicht auf, nein. Ach. Öffne dich, Simsalabim. Dodongos Höhle. Ja, vor dieser Höhle hatte ich... Vor einigen Jahren, als ich übelst klein war... Ja, brutalen Schiss. Weil, werdet ihr gleich sehen, diese Viecher sind mir irgendwie unheimlich. Und die Geräusche im Hintergrund, bäh. Ja, weiter geht's. Lösen, ne? Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Werde ich. Schon tun. Kling, Lacken, Klingeling, Kling... Ach, scheiße. Kling, Lacken, Kling. Lass mich einhekennen, da ist so kalt der Winter. Brr, saukalt, ey. Na, bin ich nicht durch. Dreck. Aha. Mein Schild muss ich, glaube ich, gleich benutzen. Na, komm hoch, du. Kling, 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 Kling. Und? Oh, das hat man uns gesehen. Hoho. Ach, du Scheiße. WTF, lass mich einhekennen. Noin. Zieh, Leine. Na los. Zieh, Leine. Na. Schnell, rüber da. Juh. Auf. Leck mich, Leck mich, Leck mich. Grip hier. Nrgh. Tja. Na, und die komischen Teile können wir öffnen. Oh. Ich mag den Boss jetzt schon nicht. Äh, das Teil ist nicht aufgegangen. Soll das... Nein. Oh, du Vollidiotling. Ich kann dieses... Geräusche mit der Grund einfach nicht ab. Echt. Ich hasse es. Ähm... Nimm einen Schluck Milch, London Milch, Schleichwerbung. Ja. Boah, gerade noch. Ähm... Juhuah. Nehmen wir das denn mal. Ich meine, es ist dagegen. Oh weh, das geht jetzt nicht auf. Yeah. Aha. Haha. Sieht gefährlich aus. Alles klar. Aber weiß hier, wie ich... So. Ich weiß, ich hab keine. Aber na... Ja, haha. Nein. Oh. Ich hab euch... Zerlegt, ihr. Mit sicher. Ja. Was erwartet uns noch? Tja. War ja klar noch mehr dieser Fücher. Ah, verreckt. Ah. Da ist eine Tür. Kommt her. Kommt her hier. Macht mir die Tür auf. Puh, puh, puh. Ähm... Okay. Ah. Nein, 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 nein. Bloß nicht Feuer nehmen hier. Ich hab einfach das Kellen, 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 Kellen. Kellen, aufnehmen, aufnehmen und... Nein. Nimmst du auf, du... Kogel. Haha. Goldene Skulptur und... Nein. Abziehen. Schnell. Lauf. Boah, nicht... Nicht noch mehr dieser Fücher. Klippier. Stirk, du. Du genauso. Und du hast recht. Ja. Wir stehen vor unserem ersten... übelst einfachen Rätsel. Zzzzzz. Oh. Ich hasse dieses Geräusch. Ähm... Ja, und... Ich denke mal, wir machen hier... Ach, Mann, ey. Ich denke mal, wir machen hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich. Bis dann.